Ich heiße Martina Relin, ich bin Autorin, ich schreibe Bücher, Bücher, in denen es um Alltagsgeschichten, das Leben von Menschen im Alltag geht, um Frauen und Männer. An Mädchen habe ich mich bisher noch nicht dran getraut und ich finde dieses Projekt mit starker Stimme deswegen so besonders schön, weil hier Mädchen bei der Arbeit, also bei ihrer Leidenschaft, Arbeit ist es ja nicht, hoffentlich bei ihrem Hobby, bei ihrer Leidenschaft begleitet werden und wir erfahren etwas über die Musik natürlich, aber auch über die Mädchen und das mit ganz anderen Mitteln, als es mir mit Büchern möglich ist und darum unterstütze ich das Projekt gerne.